Ich heiße Lajos Detary, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Ungarn, ich spiele seit dieser Saison Eintracht Frankfurt. Lajos Detary, der Star der Frankfurter Eintracht. Er ist nicht billig gewesen und am Anfang der Saison hat er noch Anpassungsschwierigkeiten. Mit den Hallenturnieren aber kommt der Durchbruch. Und in der Rückrunde ist Detary voll da, ein Ballvirtuose, der Teufelsgeiger der Bundesliga. Elf Tore schießt Detary, die Kollegen sind beeindruckt. Charlie Körbel.